hey leute herzlich willkommen zu einem neuen video bei spiel mit mehr apps und games und es gibt ein neues cooles lego spiel lego city spiel und zwar ist das lego city my city 2 oder lego city my city 2 ein brand neues spiel von lego ist echt cool leute ist echt cool und da können wir unsere eigene lego stadt kreieren eigene fahrzeuge und gleichzeitig können wir auch mission ja mache erfüllen und der spiel ist ab 0 jahren und von lego systems und wir starten direkt und hört euch diese coole lego city musik an es wird zeit mit dem baum anzufangen in mission kannst du steine verdienen mit denen du an deinem gebäude weiter bauen kannst okay jetzt hier was zu tun oder was fangen die gauner ein paar gauner sind von der gefängnisinsel geflohen und richten jetzt in einem roten pick up jede menge chaos an kannst du sie aufhalten ja klar sage ich dadurch wir nehmen hier den polizei wagen okay nach unten einfach ziehen aber müssen erst den wagen hier kreieren sehr gut wir sind bereit echt cool lego city my city 2 brandneue spielleute und das sind die gauner glaube ich ja die müssen wir fangen okay wir müssen irgendwie von der straße drängen mal gucken wie das klappen wird okay der fährt von alleine das hier cool der fährt nicht nur gerade hey vorsichtig wir sind die polizei die die sirene an hey ach der ist jetzt bei 80 prozent schaden naja jetzt verstehe ich 100 prozent und wir haben sein lego fahrzeug zerstört wir haben eine mission abgeschlossen gesammelte bolzen 147 wir haben insgesamt jetzt wie 158 lego steine und damit können wir jetzt die ersten gebäude hoffentlich kreieren mal schauen jetski patrouille durch den abschluss von missionen erhältst du erfahrungspunkte wenn du genug davon verdienst wirst du mit einer truhe belohnt werden wir mit einer truhe belohnt ja ich glaube schon machen wir mal eine truhe auf was für den hubschrauber mittelgroße rotor blätter sehr cool erforsche die stadt um neue missionen zu entdecken und mehr steine für deine gebäude zu sammeln sehr sehr cool aber können wir hier einfach auf x beliebige gebäude klicken und das sind die ganzen missionen jetzt die wir glaube ich erledigen können die werden uns gerade gezeigt so hier gibt es noch eine to do list anscheinend sammle 500 bolzen ok jetski patrouille können wir das spielen was ich bin vielleicht verwirrt vielleicht machen wir hier mal eine mission ist das eine mission da kann man hier was bauen mobiles edelstein labor ok das können wir anscheinend noch nicht bauen evakuierung der forscher oh nein ein paar forscher wurden von der lava eingeschlossen und sind in großer gefahr flieg da raus und rette ihre fahrzeuge indem du sie zurück ins lager bringst also das sollte doch klappen wir bauen hier erstmal unseren hubschrauber zusammen sehr gut sehr cool sieht das aus lego city my city haben wir jetzt schon gerettet ich glaube nicht oh die ist hier in lava der forscher ok jetzt verstehe ich ok 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 fünf fahrzeuge gut ich muss vorsichtig sein so fahrzeug nummer eins ist da aber wo muss das fahrzeug jetzt hin hier oder was ja ok 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 müssen wir die an verschiedene ziele bringen ich verstehe es gerade nicht ok ok der erste forscher ist gerettet und wir haben ein bisschen zeit gewonnen so wo ist denn das nächste fahrzeug echt cool echt coole spiel muss ich sagen ich glaube das nächste fahrzeug befindet sich hier ja keine angst wir retten dich fliegen tut er von alleine wir müssen aber die richtung bestimmen ja wir kommen gleich keine sorge das war nicht gut das war nicht gut das war nicht gut wir haben ihn verloren müssen aufpassen wir dürfen hier nicht diese kleinen vulkane fliehen ok sehr gut wir haben wieder 19 sekunden gewonnen und ich hatte doch hier irgendwo den anderen schon gesehen wo war der denn wo war der denn mensch da hinten sehe ich noch einen den hier auch oder was ok ok nein passt doch auf mensch wo ist nämlich so viel zeit müssen die forscher retten echt coolego city my city 2 so und auch der nächste eine echt coole hubschrauber mission wo ist denn der nächste wo ist denn der nächste und hier noch welche ja da 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 schnell 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 das ist nummer vier gleichzeitig können wir natürlich noch bolzen sammeln oh hier ist glaube ich auch noch einer den müssen wir gleich auch noch retten so das ist nummer drei letzten forscher das letzte forscherteam müssen wir jetzt holen ich meine ich hatte hier einen gesehen der ist ja auf dem felsen hängen geblieben oh man das war nicht gut das war nicht gut und auch echt coole musik gefällt uns wirklich sehr diese app echt cool so das war's wir haben die mission abgeschlossen gesammelte bolzen 2004 319 lego steine haben wir gesammelt für unsere neuen gebäude lego city my city sehr sehr cool ok leute in der nächsten folge geht es selbstverständlich weiter ich hoffe ihr hattet spaß wir sehen uns beim nächsten mal tschaui und was sagt ihr zu lego city my city brandneue spiel tschau leute